Ja, hallo und Servatikap. Ja, Countdown im Isan. So langsam trudeln die Gäste ein. Fünf Uhr, Stunde wird es dunkel. Lagerfeuer wird auch, wenn es dunkel ist, angemacht. So, ich will euch mal zeigen, was jetzt so ist. Ja, das Lagerfeuer haben wir ein bisschen verkleinert. Die haben so viel Holz draufgelegt. Also, da hinten ist es, dass wir ein bisschen zu warm geworden. Ja, die ersten Gäste sind gekommen. Zelte haben wir gekauft. Alle haben hier gedacht, es kann ganz schön kalt werden. Einige werden natürlich draußen schlafen müssen. Ja, Musik haben wir bestellt. Lungsai hat auch so um drei Ecken was mit der Familie zu tun. Ja, engagiert Tanzgruppen. Tanzgruppe, die Mädchen sind heute nicht gekommen. Schade. Haben Zelte dabei. Bunte Lichterketten sind auch da. Ich hoffe, dass die Musik heute von YouTube nicht beanstandet wird. Ja, es wurde aufgeteilt wegen Corona. Einer ist ein Sitzplatz, ein Strohballen ist ein Tisch. Und zwischendurch sind immer Kühlkisten mit Bier. Damit man nicht so weit laufen muss. Ja, ein paar Hühner wurden geschlachtet. Jeder bringt was mit. Dann werden sie abgewohnt. Jeder bringt was zu trinken mit. Der Friseur ist auch da. Ja, die Vorbereitung laufen. Die Atmosphäre wird immer besser. Die Zelte wurden aufgeteilt. Guckt euch dieses Panorama an. Ja, und hier wird feste gekocht. Maiskolben, die Hühner werden gemacht. Juppe wird gemacht. Und hier ist ein typischer Teiggrill. Da ist also ein Wassertank. Da kommt Holzkohle rein. Dann einmal mit Holzkohle. Dann wird das Fleisch reingehangen. Das soll gut schmecken. Ich habe Bauchfleisch mit Schwarte, Hühner und Sperrrips gekauft. Die hängen wir mal da rein. Mal gucken, wie es fährt. Wir warten jetzt auf den Eiswagen, damit wir heute Nacht noch genug Eis haben. Ja, wir läuten das neue Jahr. Ja, klein fangen sie an. Ich habe Bauchfleisch mit Schwarte, Hühner und Sperrrips. Ich habe Bauchfleisch mit Schwarte, Hühner und Sperrrips. Ja, in Thailand der harte Kern sind nur die Frauen. Die Männer, die sind alle schon schlafen gegangen. Ganz schön frisch. Ja, ich wünsche euch frohes Neuen Jahr. Hier aus Udo und Dani vom Reisfeld. So feiern wir mal in Thailand, Silvester. Ja, verabschiedet mich schon vorher, nachher habe ich viel zu tun. Ich habe noch ein kleines Feuerwerk vorbereitet, würde ich sagen, wenn euch das gefällt, was ich mache. Gebt mir ein Like. Wenn ihr noch nichts gemacht habt, abonniert den Kanal. Sagt jetzt schon mal Tschüss, der Dieter. Lieb. 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 Musik Ein kleines Feuerwerk für euch! Voll leer! Musik Und jetzt kommt der Abschluss! Ein tausend Schuss! Ja, das war ein tausend Schuss ins neue Jahr! Frohes neues Jahr wünsche ich euch! Und damit ist Schluss! Tschüss YouTube! Musik 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 Musik